Merry Christmas! Hallo zum dritten Adventsgewinnspiel zur Ziehung. Das ist der Adventskalender meines Hundes. Der soll auch einen haben und ihr habt ja auch mitgespielt. Schmackofanz. Die dritte Runde wird heute gezogen vom Gilde. Genau, ich habe da mal was vorbereitet, damit uns die Leute nicht wieder zugucken müssen, wie wir alles falten. Aber hier sind alle richtigen Tipps dabei. Da gab es nämlich fünf an der Zahl diesmal, die das Ergebnis gegen Pauli, das 1-1, exakt richtig getippt haben. Ja, und ich würde gleich die Los-Fee spielen. Ja, nochmal liebe Grüße an den Boris. Da hatte ich die Möglichkeit im Laufe der Woche das letzte Geschenk, nämlich die schönen Fortuna Altbeergläser, persönlich zu übergeben. Ja, viel Spaß nochmal damit. Lieben Gruß von uns beiden nochmal und wir würden uns auf jeden Fall über ein Foto in Aktion mit den Gläsern natürlich sehr, sehr freuen. Insofern bist du da herzlich eingeladen, wenn du das hier siehst, das auch zu tun im Nachhinein. Ja, dann geht's los, würde ich sagen. Trommelwirbel, das ist dein Part. Einmal wild durchmischen. Ist aber auch schön, wie wir immer, auch wie du, genauso wie ich letzte Woche entsprechend schön mit der Küchenschüssel da. Ja, Stille, ich hab mir gedacht, da muss ich ja den Standard halten, den du letzte Woche hier platziert hast. Ja, passt, ne? Absolut, absolut. So, sollen wir? Sag mal Stopp, sag Stopp. Sag Stopp, sonst rühre ich mich hier noch durch die Schüssel durch. Achso, ja, aber Sahne muss steif geschlagen. Ja, ja, genau. Stopp, komm, stopp. So, dann haben wir hier den glücklichen oder die glückliche Gewinnerin, das wird sich gleich zeigen. Surprise, surprise. Es hat gewonnen der Werner Wessel. Werner Wessel, du hast gewonnen. Du hast den wunderschönen Fortuna-Schal gewonnen. Und zwar diesen unbenutzten, wunderschönen mit Fortuna-Logo auf der einen Seite. Ihr habt es sicherlich schon gesehen und dem Düsseldorf-Schriftzug auf der anderen Seite. Ja, wir wünschen da schon mal vorab viel Spaß. Meld dich bei uns, dann schauen wir, dass wir das natürlich auf irgendeinem Weg zu dir bekommen. Wenn du in der Nähe Düsseldorf-Mettmann und Umgebung wohnst, dann können wir da durchaus auch mal rumkommen. Sonst gibt es halt eine klassische Waren-Sendung. Genau, herzlichen Glückwunsch und viel Freude damit. Vielleicht auch schon beim kommenden Heimspiel. Oder beim kommenden Heimspiel vielleicht. Könnte knapp werden, könnte knapp werden. Müssen wir mal schauen. Meld dich bei uns und dann gucken wir weiter. Wie gesagt, herzlichen Glückwunsch. Und ja, das Adventsgewinnspiel für den vierten Advent, das ist schon im vollen Gange. Wer noch mitspielen möchte, der Gilde hält da gerade aktuell den Preis hoch, den ihr gewinnen könnt. Das ist der aktuelle Kurvenkalender. Und ja, was ihr dafür tun müsst, wie immer, tippt das Ergebnis, das korrekte Ergebnis im optimalen Fall unserer Fortuna jetzt im Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Dann seid ihr automatisch mit in der Verlosung, in der Trommel und habt die Chance zu gewinnen. Genau, und danach gibt es noch ein Weihnachtsspecial von uns, aber dazu demnächst mehr. Wir wollen die Spannung ja aufrechterhalten. In diesem Sinne, spielt weiter mit, damit wir die Sachen hier auch alle schön loswerden. Und ja, bis bald. Macht's gut, eure F95 Bros. Hi Leute, hat euch unser Video gefallen? Dann liked uns und abonniert uns. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns was da lasst. Bis dahin, eure F95 Bros. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.